Caps Also, vor 20 Jahren hatten wir Straßen, aber die brauchen wir heute überhaupt nicht mehr, denn der gesamte Verkehr findet auf Schienen statt. Zum Beispiel diese Schulklasse aus Braunschweig. Die ordert eine Classroom-Kapsel, um einen Tag in Berlin zu verbringen. Die Klasse wird direkt vor der Schule abgeholt und ab geht die Post. Die Geschichtsstunde findet auf den Schienen statt. Heute ist ihr Kind in jeder Stadt sicher mobil. Geschäftsmänner fahren in schnellen VIP-Kapseln. Das bevorstehende Meeting kann in Ruhe vorbereitet werden. Nachdem die beiden Kapseln sich verbunden haben, kann das Meeting stattfinden. Jetzt wird ein Restaurant gebucht, um auf die unterschriebenen Verträge anzustoßen. In Bremen bucht eine Studentin ein Kapsel-Umzugsunternehmen für den Umzug nach Braunschweig. Sie selbst nimmt mit ihren Freundinnen die öffentliche Kapsel, um nach Braunschweig zu gelangen. Unterwegs fällt ihr ein, dass ihr neue Küchenstühle braucht. Diese sind schnell online bestellt und werden ihr nach Hause geliefert. die Strecke vorst. Kaps, was noch? Kaps, was noch? Willkommen in Ruhe? Untertitelung des ZDF, 2020